Der Berg und ich. Tipps für dein Bergerlebnis. Einer guten Wanderung geht immer eine gründliche Planung voraus. Dabei müssen die Fähigkeiten der Gruppe auf die grundsätzlichen Faktoren abgestimmt werden. Schwierigkeit, Höhlendifferenz, Wetter, Einkehrmöglichkeiten und die benötigte Ausrüstung. Hörst du das? Der Berg ruft. Viel Spaß bei deinem Bergerlebnis in Niederösterreich.